Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Liebesorakel. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen heute mal reinschauen, wieso die Tendenzen sind, energetisch gesehen in Richtung Liebe für unser Kollektiv. Und wie immer kann die Botschaft auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Nimm dir immer nur das mit, was richtig und stimmig ist und pass auf, dass du dich nicht in Illusionen verläufst, an denen du dich vielleicht hinterher schneidest. So, wir sind ja alle erwachsen, wir sind alle selbstverantwortlich und wir schauen jetzt mal rein, was sich hier zeigen mag. Also, ich würde sagen, hier ist Erntezeit, meine Lieben. Hier gibt es etwas Positives abzuarbeiten, etwas Positives zu erhalten, etwas Positives umzusetzen. Wir haben die Sense, die Lilien und die Liebe, also das Herz. Und ich glaube, an diesem Punkt, an dem du jetzt bist, machst du dir bewusst, wie anziehend manche Situationen für dich sind. Manche Menschen hier, wenn wir auf den Herzensmenschen schauen, wird diesem Menschen bewusst werden, was er an dir hat, was du mitbringst, welches Potenzial in dir steckt. Du bist sinnlich, verführerisch, aber auch tiefgründig und, ja, wohlriechend, könnte man das so sagen. Du versprühst sozusagen einen gewissen Duft und das ist extrem reizvoll und liebenswert. Es kann sein, dass du dein Herz auf der Zunge trägst. Es kann sein, dass du schneidend bist in dem, was du tust, dass du ab und zu auch mal auf die Pauke hauen kannst. Dieser Mensch hat hier einen realistischen Rundumschlag und Rundumblick von dir sozusagen. Hier haben wir die Karte, er hat Angst, dir nicht zu gefallen, wie er ist, daher verbirgt er sein wahres Ich vor dir. Jemand sieht hier, wie stark du bist und ist da vielleicht noch nicht so gewillt, vorwärts zu gehen, weil er einfach eingeschüchtert ist. Ja, jemand sieht, wie großartig du bist und es kann sein, dass diesem Menschen das eine scheiß Angst macht, dass er sich hier zu dir hingezogen fühlt. Dann haben wir die Spiegelung. Du und dein Seelenpartner spiegelt euch, achtet auf eure Emotionen. Eventuell habt ihr da beide so ein Thema, ja, das nicht gut genug sein, das nicht wertvoll genug sein. Möglicherweise spielt ihr da mit ähnlichen Schicksalskarten eventuell, ups, na, das sind aber viel zu viele jetzt hier. Eventuell spielt jemand hier mit dem Gedanken, auf dich zuzugehen und das Ganze in eine Erntezeit zu bringen, aber strauchelt da halt immer wieder hinterher. Hier haben wir noch die Karte, sein Herz ist gefroren, denn er weiß gar nicht, was wahre Liebe ist und hat deswegen auch Angst, hier sein Herz zu öffnen. Das Schicksalskreuz, ihr seid schicksalhaft miteinander verbunden. Vielleicht kennt ihr euch auch aus einem früheren Leben, sagt diese Karte. Meiner Meinung nach passiert alles in einem einzigen großen Augenblick und ihr seid vielleicht einfach in diesem Moment, wo ihr jetzt seid, an gewisse Themen gebunden, die ihr euch vorgenommen habt, miteinander abzuarbeiten. Dann haben wir als letzte Karte die Reizkarte, schlechthin die Geduld. Du befindest dich in einer Zeit, in der Geduld gefragt ist, versuche nichts zu erzwingen. Es kann gut sein, dass dieser Mensch sich immer wieder um sich selbst dreht. Ja, hier ist jemand von dir zwar betört, jemand möchte hier mit dem Herzen der Lilie vielleicht tatsächlich eine nähere Beziehung mit dir eingehen, die halt über dem bloßen freundschaftlichen Kontakt auch hinausgeht. Hier möchte jemand eine Herzensverbindung und eine fleischliche Verbindung sozusagen schaffen. Aber dieser Mensch hat ein internes Konfliktpotenzial erkannt, nämlich er weiß, dass er vielleicht nicht gut für dich ist oder nicht gut genug für dich ist. Das könnte man hier so sagen. Es ist schwer zu erspüren, ob diesem Menschen das tatsächlich in seinem Tagesbewusstsein bewusst ist. Ob dieser Mensch wirklich darüber nachdenkt, dass er selber vielleicht ein Teil seiner Unzulänglichkeiten zu verantworten hat in dieser Beziehung. Hier spürt jemand vielleicht noch nicht so ganz, was es mit ihm selbst zu tun hat, dass du in sein Leben gekommen bist. Schauen wir mal weiter. Die Karte ist hier auch verdächtig. Die Sichtweise. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Kennt ihr die Sicht auf die Neuen und die Sechs? Gib ihm die Chance für Klarheit zu sorgen und überstürze nichts. Ja, also gib hier deinem Gegenüber die Chance, selber darauf zu kommen, dass er hier sein gefrorenes Herz zunächst heilen muss, bevor er in eine sinnliche und langfristige, stabile Beziehung mit dir gehen kann. Hier sollte das Gegenüber, hier repräsentiert als der gute Herr, erst einmal schauen, was in ihm selber noch geklärt, gelöst und geheilt werden kann, bevor diese Verbindung tatsächlich ein stabiles Fundament hervor, auf einem stabilen Fundament gebaut werden kann, so rum. So, und bevor es dann Früchte hervorbringt, wollte ich sagen, jetzt haben wir auch alle Sätze zusammen. Dann nehmen wir noch die letzte Karte, den Glückspilz. Es kann gut sein, dass ihm hier die ganze Situation wirklich suspekt ist, ja, dass er sich wie ein Glückspilz vorkommt und dann haben wir hier noch den sozialen Druck. Vielleicht fühlt er sich auch gedrängt oder genötigt, irgendetwas in der Öffentlichkeit darzustellen und weiß jetzt nicht so richtig, ob du ob du oberflächlich interessiert bist an der Fassade, ja, er hat Angst, dir nicht so zu gefallen, wie sein wahres Ich ist. Vielleicht kennst du ihn nur oberflächlich oder eventuell siehst du nur einen Bruchteil des ganzen Menschen und hast dich in einen Teilaspekt verliebt oder verguckt oder findest ihn interessant, wie auch immer. Und du schaust auf diesen Teilaspekt und diesem Menschen ist eventuell bewusst, dass er nach außen hin eine Rolle verkörpert und weniger sein wahres Ich raushängen lässt. Aber ganz ehrlich, wir alle tun, dass wir alle schützen uns in der Öffentlichkeit vor Angriffen. Ich kenne niemanden, der wirklich komplett authentisch ist im Außen. Das müssen wir ja auch nun mal dazu sagen. So, hier wollten noch zwei Karten fallen. Intuitiv, dann haben wir die Offenheit. Er hat erkannt, dass du seine Sonne bist. Jetzt geht es los, er macht sich auf den Weg, ja. Dieser Erkenntnisprozess hier könnte ihn natürlich aufwärmen. Du bist die Sonne, du kannst vielleicht sein gefrorenes Herz hier heilen, kannst ihn dazu bringen, in seine eigene ehrliche Selbstliebe, Selbstannahme und Selbstakzeptanz zu kommen, was nicht heißt, dass du losgehen sollst und ihn heilen sollst. Ja, ich sage hier nicht, dass du jetzt hingehen sollst und diesen Menschen Heilung anbieten sollst, sondern dieser Mensch muss durch seinen Prozess gehen, muss seine eigene Sichtweise ändern, muss seine eigenen Ängste reflektieren, annehmen und schauen, wie er mit diesen Ängsten in seinem Leben zurechtkommt. Der Mensch, auf den du hier schaust, wird mit der Zeit lernen müssen, sein eigenes Schicksalskreuz hier zu tragen und auch mit sich selber geduldig zu sein, denn Heilung geschieht nicht von heute auf morgen. Heilung ist ein Prozess und der ist auch nicht linear, dass man heute anfängt und dann sagt, okay, das geht jetzt immer nur noch bergauf und dann bin ich fertig damit, sondern es ist eine wilde Achterbahnfahrt, sich selbst anzuerkennen, zu heilen und in seine eigene Göttlichkeit zu schauen. Das dauert halt alles ein wenig. Dann kam als letzte Karte diese hier. Sein Ziel ist es aber, mit dir anzukommen in ein warmes Zuhause voller Geborgenheit und Liebe, die er bisher nie erfahren hat. Und hier liegt nämlich sozusagen auch der Hund begraben. Dieser Mensch hat ein neues Lebensgefühl durch dich erhalten. Dieser Mensch hat zum ersten Mal gelernt, was es heißt, vielleicht auch sehr sinnlich zu sein, sehr intim und sehr nah. Und damit meine ich jetzt nicht Sex, sondern ich meine eine Seelenwärme, eine Herzensnähe. Etwas, das wirklich ihm bisher vielleicht verborgen geblieben ist in diesem Leben. Und es bedeutet, dass er selber dort ein Defizit hat, das auszudrücken, es auszuleben oder es halt auch einfach als normal anzuerkennen. Hier hast du es mit jemandem zu tun, auf den du höchstwahrscheinlich noch länger warten wirst. Und du darfst schauen, was es mit dir macht. Verbringst du deine Zeit jetzt damit, die ganze Zeit auf diesen Menschen zu schmachten oder dem ertrinkenden Stöckchen zuzuwerfen? Oder kümmerst du dich um dich in deiner größten Selbstliebe, sorgst dafür, dass es dir gut geht und schaust nicht mehr so genau hin, was dieses Gegenüber macht. Denn er wird durch seine Prozesse gehen. Und wenn er so weit ist, ja, wenn er so weit kommt und hier den sozialen Druck hinter sich lässt, seinen eigenen Selbstzweifel hinter sich lässt, sein Herz auftaut und dann höchstwahrscheinlich auch die eine oder andere Feder auf dem Weg lassen wird, ja, er müsste mit sich selber vielleicht noch ein Hühnchen rupfen, auch über sein eigenes Verhalten. Und wenn er diesen Prozess ganz durchlaufen hat, dann wirst du sehen, ob er kommt, um hier die Ernte einzufahren oder nicht. Aber ich würde sagen, wir sollten hier auf diese Situation ein Schild draufkleben, auf der steht, bitte nicht stören. Stören Sie diesen Menschen bitte nicht bei der Heilung, sondern lassen Sie ihn hier sein Ding machen. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Kümmert dich vor allen Dingen gut um dich. Ja, sorg auch du dafür, dass es dir gut geht, dass du wirklich von innen nach außen heraus auch strahlen kannst und mache das Beste aus deiner Situation und lass alles andere sich ganz natürlich entwickeln. Falls dir die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar oder über ein Däumchen nach oben. Wer mag, darf natürlich auch noch auf den Abo-Button klicken, sofern noch nicht geschehen. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir ein Abo da lasst und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder zur nächsten Kartenlegung. Bis dahin alles Liebe. Tschüss. ! ! ! !